Sie zeigt ihre natürliche Schönheit. Normalerweise kennt man Frauke Ludowig als Moderatorin und Promi-Expertin eher im Glamour-Look. Doch jetzt begeistert sie ihre Fans mit einem ganz besonderen Schnappschuss. Auf Instagram teilt Frauke ein Selfie von sich, auf dem sich die Moderatorin ganz natürlich ohne Make-up zeigt. Passend dazu schreibt sie Das Beste an einem freien Montag, schöner geht es nicht für die Haut. Der komplett ungeschminkte Look scheint auch bei ihren Followerinnen und Followern sehr gut angekommen zu sein. The Glow schreibt beispielsweise eine Freundin unter den Beitrag. Auch ohne ein Hingucker und Du siehst auch ungeschminkt super aus, schreiben zwei andere Followerinnen. Ein weiterer Fan der zweifachen Mutter lobte ihre natürliche Schönheit, indem er schrieb Wow, du strahlst so schön! Was ist das Beste? Vielen Dank.